Nach dem Meisterschaftsgewinn. Wir haben immer noch Spaß. Erst am Sibelesbrunnen, gut 800.000 Leute waren da, um ihren Lieblingen zuzujubeln. Raúl vorneweg, schade, das ist im spanischen Fußball. Vielleicht haben sie es ja irgendwo gesehen, die Feierlichkeiten. Das ist ja leider in Spanien Tradition, dass der Pokal nicht am Abend der Entscheidung überreicht wird. Sie konnten nichts erzeigen.